Und wir haben Ronaldo erwartet und das ist mit Juventus to Wien eine neue Karriere, also ich mache nur eine Folge bei Juventus to Wien, das ist die letzte Folge, weil, ja, Leute, leider, ich möchte eigentlich ein BB-M kaufen, aber leider geht es nicht. Und das ist die letzte Folge bei mir und das war es. Mit meinem Video. Ciao.